Ich hab irgendwie das Gefühl, da kommt noch was. Erstmal aus dem Tod, okay? Zeug mir, dass es vorbei ist. Okay, Clancy, du hast auch glücklich gewonnen. Schätze, ich werde dich... Was sagt man dazu? Zieh dir Hot Rain an! Was haben wir nicht erlebt noch? Ich bin Hot Rain und hier geht's. Wenn du dich beschädigst, hast du noch mal geholt gespielt. Hast du das gehört? Ich glaub, der lebt schon gar nicht mehr. Ich hab doch gewonnen. Ach, nö. Cool. Wie? Oh, Kletz, das ist die Entfernung zu dir. Und das ist die Entfernung, die ihr schminkt. Stell es dir einfach als Massage vor wie Akkupressur. Du solltest sie genießen. Denn es wird die letzte Massage sein, die du je bekommst. Jetzt bist du der... Genießt du das, du scheiß Kerl? Okay. Yay. So, ich habe neun. Eine Karte. Okay, reicht mir. Ich will mich doch verarschen. Verhalten. Ja, ich. Boah, Lukas ist so ein Spinner. So ein richtiger Spinner. Müsst ihr den Gegner die bestmögliche Karte aus dem Stapel ziehen? Ah, okay. Okay, ich komme auf neun. Was hat er sieht? Ja, echt mal. Ich sollte einfach sterben. Nein, danke. Oh. Keep it on clear. Oh. 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 Was habe ich denn noch an Trumpfkarten? Okay, ist nicht mehr da. Noch mal um zwei erhöhen. Keine Karte. Keine Karte. Keine Karte. Keine Karte. Klenzi! Das ist echt geschafft, Klenzi. Das ist nicht so offene Karte. Oh, das ging jetzt aber so. Ich habe ja plus sechs erhöht. Ich glaube, jetzt ist er im Arsch. Wir sind jetzt fertig, oder? Komm, ich habe gewonnen, Lucas. Lass mich gehen. Lass mich jetzt gehen. Nö. Ja, danke sehr. Wir werden auch ein Spiel spielen. Du nicht. Ach nö. Ist das Leben nicht schön? Nein. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte. Komm, bitte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir знаем. Vielen Dank.